Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Kassiers, Frau Sarah Karben Eroh, 35, leidet an Eierstockkrebs, Ovarial Carcinum. Das bestätigte die spanische TV-Journalistin bei Instagram, vor ein paar Tagen haben die Ärzte bei nie einen bösartigen Eierstocktumor entdeckt, ich wurde bereits operiert. Alles ist sehr gut verlaufen. Zum Glück haben wir es sehr früh bemerkt, aber ich habe noch einige Monate zu kämpfen, während ich die Behandlung fortsetze. Dem Torwart, der mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab, geht es derweil nach seinem Hirninfarkt mittlerweile besser. Kassiers hatte letzten Freitag bei Twitter geschrieben, gestern hatte ich eine Untersuchung bei Dr. Philippe Masseido. Alles sehr gut? Das ist die wirklich tolle Nachricht, die ich mit allen teilen möchte. Auch Karben Eroh ist optimistisch, ich bin ruhig und zuversichtlich, dass alles gut wird. Ich weiß, dass der Weg hart sein wird, aber auch, dass er ein Happy End haben wird. Ich habe die Unterstützung meiner Familie und Freunde und ein großartiges medizinisches Team.